Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio Business Chart. Mein Name ist Josef Obergandschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecopono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktientern Röschen Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast Netzwerk von Christian Drastil, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Rund um die Weihnachtszeit gibt es immer wieder ruhige Momente. Momente, in denen man zurückblickt und das alte Jahr Revue passieren lässt und Momente, in denen der Blick in die Zukunft gerichtet ist und man die Strategie für das Folgejahr festzuhlt. In diesem Podcast möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, noch einmal auf das ereignisreiche Jahr 2022 zurückzublicken und mir Gedanken darüber zu machen, was uns 2023 erwartet und wie wir uns positionieren können. Von geopolitischer Seite, das Ereignis schlechthin war der russische Einmarsch in die Ukraine. Der Welt und allen voran uns Europäern wurde schmerzlich vor Augen geführt, was die Energieabhängigkeit zu Russland überhaupt bedeutet. In diesem Umfeld ist es auch wenig verwunderlich, dass die Inflationsraten doch deutlich angezogen haben. Im zweiten Quartal haben wir einen historisch einzigartigen Anstieg, der nahezu alle Länder der Welt betrifft, gesehen. Viele Inflationsraten sind in den zweistelligen Bereich geklettert, das gerade für Länder wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz ja historisch betrachtet ein absolutes Unikum. In vielen Ländern haben wir die höchste Inflationsrate seit den 1970er Jahren erlebt, in Deutschland und Österreich sogar die höchste seit den 1950er Jahren. Und anhand dieses Vergleiches sieht man schon, in welcher außergewöhnlichen Zeit wir überhaupt leben. In diesem Umfeld kommen auch Notenbanken verstärkt unter Druck. Es gilt, den Kampf gegen die ausufernde Inflation aufzunehmen. Eine der zentralen Aufgaben einer Notenbank ist es ja, den Geldwert zu erhalten. Begonnen hat der amerikanische Notenbankpräsident Jerome Powell. Der FED-Präsident hat bereits im März begonnen, erstmals die Leitzinsen anzuheben. Und in lediglich neun Monaten hat Powell den Leitzins um 4,25 Prozent angehoben. Das ist sowohl vom Ausmaß als auch von der Geschwindigkeit her historisch einzigartig und sichert damit dem lieben Jerome einen Platz in die Geschichtsbücher. Aber auch die Europäische Zentralbank hat sich 2022 nicht lumpen lassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat im Juli damit begonnen, an der Leitzinsschraube zu drehen. In 14 Schritten hat sie den europäischen Leitzins um 2,5 Prozent angehoben. Das ist ein Trendwechsel. Seit 2016 lag der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 0 Prozent. Und damit hat man durchaus auch die Wirtschaft und die Finanzmärkte mit ausreichend Liquidität versorgt. Es handelt sich aber dabei um kein Phänomen, was nur die Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische FED betrifft, sondern ist eine global koordinierte Maßnahme der Notenbanken. Das Inflationsthema haben ja viele auf ihrer Agenda. Und in diesem Zusammenhang haben auch die größten Notenbanken der Welt die Bilanzsumme innerhalb der letzten sieben Monate um unglaubliche 3,1 Billionen Dollar reduziert und damit auch den Märkten Liquidität entzogen. Kommen wir nun von der Notenbankpolitik zur Weltwirtschaft. Heuer werden wir erstmals die 100 Billionen Dollar Schallmauer durchschreiten. Es muss aber auch festgehalten werden, dass sich die Dynamik im zweiten Halbjahr doch deutlich verlangsamt hat. Große Organisationen wie beispielsweise der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank oder auch die OECD haben ihre Wachstumsprognosen für die Folgejahre kontinuierlich zurückgenommen. Und hier sieht man auch die Problematik, vor der die Notenbanken stehen. Das heißt, um wachstumsfördernde Impulse für die Wirtschaft zu setzen, müssten sie die Leitzinsen senken und nicht erhöhen. Niedrigere Zinsen ist auch definitiv etwas, was alle Schulner dieser Welt begrüßen würden. Global betrachtet hat die Verschulung mittlerweile historisch hohe Niveaus erreicht. Das betrifft sowohl die Staatenseite, aber auch die Seite der Unternehmen und die Seite der Privatpersonen. Höhere Zinsen treffen all jene, die keine Fixzinsbindung haben oder sich eben neu finanzieren wollen. Das heißt, jeder Häuslbauer oder auch jeder Staat, der seine Schulden langfristig an einen Fixzins gebunden hat, sind da momentan einmal außen vor, bis die nächste Refinanzierung ansteht. Unter Druck gekommen ist auch der Immobilienmarkt. Auf der einen Seite, weil es eben deutlich teurer ist, das Eigenheim zu finanzieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir gerade hier in Österreich eine deutliche Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien gesehen haben und dementsprechend es für viele Kreditnehmer oder potenzielle Häuslbauer viel schwieriger geworden ist, einen Kredit zu bekommen, um sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können. Kommen wir nun von den Immobilien zu den Finanzmärkten dieser Welt. Auch für Investoren war 2022 ein absolut außergewöhnliches Jahr. Insofern ist das ein bisschen außergewöhnlich, weil nahezu alle Assetklassen im zweistelligen negativen Bereich performten. Für Aktieninvestoren ist das Business as usual. Ein klassischer Bärenmarkt beginnt schließlich erst bei minus 25 Prozent und insofern können Aktionäre durchaus mit einem derartigen Rückgang umgehen. Wenn man sich die Zahlen allerdings betrachtet, merkt man eigentlich, wie viel Geld da verloren gegangen ist. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde eine Weltbörsen, ein Börsenwert von 20 Billionen Dollar vernichtet. Die Highflyer im Jahr 2022 waren Energietitel, die zum Teil doch deutlich zulegen konnte. Auf der Verliererseite stehen die Tech-Titel, die vor allem die letzten Jahre beziehungsweise vielleicht sogar Jahrzehnte dominieren konnten. Mit der hohen Minuszahlen konfrontiert waren Anleiheninvestoren in der Historie noch nie. Wir erlebten das schlechteste Anleihenjahr seit Aufzeichnungen. Und wenig von uns war es überhaupt bewusst, dass man selbst mit sehr sicheren Anleihen ein so großes Minus erzielen konnte. Wir reden hier auch von zweistelligen Minuszahlen mit de facto einer sicheren Anleihe. Und das ist schon etwas, was auch außergewöhnlich ist, beziehungsweise viele Portfolios dieser Welt getroffen hat. Und 2022 war insofern noch ein außergewöhnliches Jahr, weil Diversifikation, das heißt die Streuung in unterschiedliche Assetklassen, de facto nichts gebracht hat und auch den Drawdown für den einzelnen Investor nicht auffangen konnte. Abschließend möchte ich auch noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Zukunft kann natürlich niemand voraussagen, aber ich möchte dir trotzdem fünf Punkte nennen, warum ich persönlich vorsichtig optimistisch für das Jahr 2023 bin. Zum Ersten ist es einmal so, dass wir bereits sehr viel Negatives in die aktuellen Kurse eingepreist haben. Das heißt, wir haben hier durchaus positives Überraschungspotenzial, was sich dann auch in Kurssteigerungen ausdrücken könnte. Zweitens ist es eben so, dass wenn wir uns die Bewertungen von Unternehmen oder von Assetklassen anschauen, wir im historischen Kontext nicht übertrieben teuer bewertet sind. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn wir die jüngere Vergangenheit anschauen, dass wir durch die Kursverluste, die wir im Jahr 2022 gesehen haben, wir gegenwärtig doch deutlich günstigere Einstiegsniveaus sehen. Für Anleiheninvestoren war das Jahr 2022 definitiv eines der bittersten in der Geschichte. Positiv gesehen ist es aber so, mit dem Blick nach vorne, dass wir jetzt wieder Zinsen haben und dass es zinsseitig endlich wieder Runditen gibt und Investoren auch in Zukunft von diesen höheren Runditen durchaus profitieren können. Als vierten Punkt möchte ich die Inflation ins Rennen führen. Die wird in den nächsten Monaten vermutlich weiterhin noch hoch bleiben, aber ich gehe davon aus, dass die Dynamik etwas abnehmen wird und zwar insofern, weil einfach die großen Preistreiber des Jahres 2022 abgearbeitet sind und dementsprechend der Druck herausgenommen wird. Und das sollte aus meiner Sicht die Lage dann durchaus auch wieder etwas entschärfen. Und last but not least, wir haben das dritte Jahr der Präsidentschaft Biden eingeläutet und im historischen Kontext war es immer so, dass das dritte Jahr einer Präsidentschaft mit Abstand das erfolgreichste Börsenjahr war. Das heißt, da kann man in der Historie knapp 100 Jahre zurückgehen. Das dritte Jahr war für Investoren immer ein Jahr zum Sektknallen. Ich wünsche dir ein paar entspannte Tage rund um den Jahreswechsel. Alles, alles nur erdenklich Gute für 2023 und ein glückliches Händchen bei deinen Investments. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.